Nein, wir spielen keinen Ranked. Warum? Weil ich jetzt keinen Bock hab auf Ranked. Warum? Oh, wenn du jetzt wieder David anfängst, dann fliegst du aber hier schneller raus, als du gucken kannst. Hä? David? Alter. Ist David da? Ich müsste einfach eigentlich bei euch, wenn ich mit euch TS bin, einfach nur so eine Telefonwarteschleifen gedoodle. Abspielen. Wird genau den gleichen Effekt haben, wie wenn ich mit euch rede. Komm nur scheiße raus. Ungefähr. Tellers Office ist ein Kackraum. Wann spiel ich denn? Überleg gerade auch. Muss ich noch. Und gar nicht. Gibt heute neue Missionen. Alles klar. Wann mal? Wann mal? Wann mal? Du bist wieder voll am Start. Robi hat richtig Bock, ey. Wieder alle 10 am Laden. Man kennt's. Oh. Wasser. Quelle. Des Urins. Aber. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn dein Urin zumindest nicht zu größten Teil flüssig wäre. Ja. Schachet. Quelle des Urins. Soll ich mal die Geisel abschießen? Weil wir müssen die abschützen. Und wenn die tot ist, wollen die Gegner die ja nicht mehr holen. Das Problem ist, ich kann nicht widersprechen, dass das eine gewisse Logik beinhaltet. Ja. Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass sich das Spiel... Du willst die Geisel ja eventuell erpressen. Du willst ja irgendeinen Gewinnerpfande haben. Hab ich ja schon. Ich meine, du nimmst ja keine Geisel, wenn sie dir nichts bringt. Doch. Ich nimm mir alles. So sieht's auch aus. Ja, wir... Irgendwie machen wir das jetzt hier. Komisch. Warum? Ich weiß nicht. Alle rennen weg. Keiner ist so ein Objective. Ja. Aber ich probiere es jetzt zu peeken. In der Hoffnung, dass ich kein Glässe habe. Sie haben eine Kali. Oh, eine Kali? Eine Kali. Das heißt, die peek ich nicht. Von wo? Ja. 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 Na links. ich hab eventuell länger gebraucht zum schießen als ich gerne hätte wir haben noch die nomads, die ist gerade auf dem Keller geflieben und wir jetzt ins big office nein in den raun, da ne, kommt jetzt aufs, in den server raun von wo? letzter war ja durch, ne ich bin Kali meine Klamer, nehm ich ich hab so zu glück gehört, wie sie die Klamer stellt da hat sie gezündet, das ist ja fast knapp geworden da ist er, jetzt kannst du deine weltbewegende Frage stellen, Sven David? wenn man einen lauteren Leerlauf haben möchte am Fahrrad einen lauteren? ja, lauter, ich muss ja meinen fehlenden Skill kompensieren, deswegen muss es ja lauter sein der Sven muss nicht nur Skill kompensieren, if you know what I mean ja was baut man dafür aus? alles, das ganze Zahnrad also wo drin ist die dann ist er richtig laut alter ja, weiß ich nicht ist die auf dem, ist die auf dem Steckaufsatz drauf, wo, wo die Kassette drauf kommt, oder in der ganzen Achse, weißt du was zufällig? ne, weiß ich nicht ok I don't know alter Digga gibt's bestimmt, hast du noch nicht gegoogelt? gibt doch bestimmt 400 YouTube Tutorials dafür, oder? wir haben alle nur, wie man sowas wechselt, wie man sowas wechselt ja super, ich will's nicht wechseln, ich will's lauter machen Sven wird seine Prioritäten wo bist du? ah, ich bin im Moment CCT, ich komm aber gleich in den Tresor was gibt's da zu lachen, David? ne, gewohnt er kommt gleich in den Tresor oh wow, ok ok was spielen wir? ah, Hostage hm, die will eh keiner wir haben einen Lord auf jeden Fall, cool halloo oh 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 das ist normalerweise nicht das Zeichen für hast du oh oh der hervorragend, der holt den Totenkopf ja 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 Sven riech halb am kommen, ey im Rennen aus der Hüfte, ich sag's dir, ich hab's geh ich hab das Gefühl, die 100 Euro Scheine, die hier liegen, sind Fake wo kommen die denn? falsch das da nein ok, Sven, das war ein Backbill, ok Sven ist ein Kopf kürzer ja, es war ein Backbill, ich hab den bei das Schild weg geschossen, der Lacker erstmal fliegen erstmal fliegen der erstmal fliegen die haben auch einen Monte, also ich seh den Blackbeard auf jeden Fall das ist natürlich prinzipiell immer warum, der Kapital steht auch nichts vor mir hier hab ich bay gesehen, war peinlich ich habe gerade so eine gute bindung mit denen aufgebaut geht jetzt rein geht wieder raus geht jetzt rein wieder raus wie bei sex mit seiner marm da ist einer richtig krass kriss das bist du gar nicht sie zieht durch die wand hast du noch mal auf dich nein 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 die ist jetzt reingegangen in den raum das war kurz vor knapp du das war kurz vor knapp ich glaube auf der map spiel ich gläß um direkt am anfang schütt nein das ist views ich habe da drauf gekriegt wie kann ich für star bekommen was mir neu naja du mich auch du wichser lasst mal nicht machen wir führen jetzt 2 0 dann können wir doch auch gewinnen ich glaube um das ist natürlich maximal gut für mich habe noch ein kite glaube ich ist das leid mich doch lol wird es dick gemacht? saß da wenn du mit deiner Pistole gewonnen hast ach komm schon, warum bin ich jetzt kennst du das wenn du zu doof fährst, das geht doch einer ist in der Main Lobby weißt du wo ungefähr? ich hab unser Blitzes in der Legion mal getreten ah lol der hat dich da hinten weg geholt mhm das ist wohl schlecht geschossen schön, dass ich so gut die Waffe unter Kontrolle habe ich bin die richtige Bereicherung für das Team ach wir müssen uns beeilen, fuck ich hasse angreifen manchmal ne ich hasse angreifen manchmal ne ja bin ich ja ehrlich ich habe eine schwarze Killcam Ubi ubi edits best Ich war nicht mal letzter, obwohl ich so schlecht gespielt habe. Naja, das dritter von vier. Immerhin Treppchen, Sven. Immerhin Treppchen. Ja, eben. Das meine ich. So, dann bring Squad with me.